In Messel existierten die größten Ameisen der Welt und Käfer, deren Farben selbst heute noch leuchten. Schlangen, Krokodile und kleine Pferde lebten in der Gegend. Und das Primatenweibchen, bis es schließlich zum Fossil wurde, das man in Messel fand. Schon vor etlichen Jahren. Damals, 1983, ist die Grube Messel noch nicht umzäunt. Fossilienjäger kommen Tag für Tag und suchen nach Beute. Einer von ihnen gräbt das fast vollständig erhaltene Primatenfossil aus. Er nimmt es mit nach Hause, präpariert es und schließt es heimlich weg zu seiner privaten Sammlung. Jeder Sammler muss ja für sich seine eigenen Regeln finden, mit denen er dann auch leben kann, leben muss. Das ist für so jemanden, als hätte er einen unbekannten Rembrandt oder Van Gogh zu Hause. Er kann ihn sich jeden Tag anschauen und der Rest der Welt weiß nichts davon. Ich glaube, so jemand fühlt sich stark, wenn er sowas für sich allein hat. Diese Menschen wussten schon sehr früh, was sie dort haben. Und es war für sie auch klar, dass sie diese Stücke irgendwann mal an die Öffentlichkeit, beziehungsweise an ein Museum weitergeben wollen. Irgendwann heißt in diesem Fall 26 Jahre später, bis Jörn Hurum das Fossil ersteht und für die Wissenschaft sichert. Mit Hilfe des Mikroskops machen sich Hurum und Franzen auf Entdeckungsreise. Es ist unglaublich, aber wir können sogar den Mageninhalt des Fossils erkennen. Es ist die letzte Nahrung, die es zu sich genommen hat, das Weibchen. Vorher hatte ich mir den Mageninhalt schon mehrfach angeschaut und gedacht, ja, das sieht aus wie Schuppen eines Fisches, den es in Messel häufig gab. Erst als ich auf die Zellstruktur schaute, erkannte ich, dass es ein Überbleibsel von einer Pflanze sein muss. Kein Fisch. Unter dem Mikroskop bestätigte sich das. Es kann nur ein Pflanzensamen sein. Die genaue Bestimmung des Mageninhaltes erlaubt Rückschlüsse auf die Lebensweise des Primatenweibchens. Es muss auf Bäumen gelebt haben, wo es leicht an Früchte, Samen und Blätter rankam. Und dafür mussten auch die Zähne geeignet sein. Eines der wichtigsten Schlüsselmerkmale von Primaten. Die Wissenschaftler hoffen, durch eine Zahnanalyse genaueres über das Weibchen herausfinden zu können. Die Analyse von fossilen Zähnen gilt als überaus schwierig. Jetzt soll die Spezialistin auf diesem Gebiet weiterhelfen. Sie forscht im Norden der USA, in Detroit. Professorin Holly Smith versteht es, aus Zahnoberflächen zu lesen wie aus einem Buch. Auch bei fossilen Zähnen. Man kann einiges über die Nahrung eines Tieres sagen, wenn man nur die Gestalt der Zähne sieht. Man erkennt genau, was ein Tier damit machen kann. Nur beim höchsten Säugetier, dem Menschen selbst, sind die Zähne nicht mehr wirklich spezialisiert. Bei Menschenaffen ist es schon fast genauso. Wenn man also einen Schimpansen betrachtet, sieht man, er hat ebenso viele Zähne wie ein Mensch. Auch die Mahlzähne unterscheiden sich nur wenig von den menschlichen Zähnen. Doch Schimpansen brauchen ausgeprägtere Schneidezähne, um Pflanzennahrung abzubeißen. Welche Schlüsse lassen die Zähne des Fossils zu? In sein flach gedrücktes Maul kann Holly Smith nicht hineinschauen. Doch Röntgenbilder geben ihr ersten Aufschluss. Der Primat aus Messel hat ein unspezialisiertes Gebiss. Die Zähne konnten von allem etwas. Einige schneiden sehr gut, andere haben einen harten Biss. Dazu gehören dann noch Backenzähne mit scharfen Scherkanten. All das würden wir von einem Primaten erwarten, der in den Bäumen lebt, Früchte und Blätter isst und seine Nahrung durch Insekten ergänzt. Um weitere Rückschlüsse ziehen zu können, will Holly Smith in North Carolina in Durham das Fossil mit lebenden Lemuren vergleichen. Im Duke Lima Center, dem Forschungszentrum für Lemuren, werden mehr als 200 Arten gehalten. In Freiheit lebende Lemuren gibt es heute nur noch auf Madagaskar. Wenn das Fossil ein Lemur war, muss es auch entsprechende Merkmale haben. Dies ist ein roter Vari. Wenn man ihn genau anschaut, sieht man sofort, was Primaten auszeichnet. Man sieht seine Hände, die ganz ähnlich den menschlichen sind. Wie wir können sie damit fast alles machen. An ihren Daumen haben sie grosse, dicke, flache Nägel. Ihre Füsse gleichen ihren Händen. Vier Zehen und ein grosser Zeh, damit können sie gut zugreifen. Hände, Füße und der abgespreizte Daumen machen Lemuren zwar zu Primaten, doch sind sie mit uns Menschen nicht näher verwandt. Sie sind ursprüngliche Primaten, die sich in den vergangenen 50 Millionen Jahren kaum verändert haben. Das Fossil aus Messel ähnelt in Körperbau und Gestalt den Lemuren. Doch als Holly Smith seine Zähne mit denen von erwachsenen Lemuren vergleicht, stimmt etwas bei der Anzahl der Zähne nicht überein. Um herauszufinden, was es damit auf sich hat, gilt es als nächstes ein dreidimensionales Modell der Zähne anzufertigen. Dies geht nur mit hochauflösenden 3D-Röntgenverfahren. Die nötige Technik dafür steht nur an wenigen Orten in der Welt bereit. Führend ist das Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main. Hier hat ein weiteres Teammitglied der Forschergruppe in monatelanger Kleinarbeit ein exaktes 3D-Modell der Zähne erstellt. Nur ein Hochleistungskomputer ermöglicht eine derart genaue Bildgebung und damit neue, bahnbrechende Erkenntnisse wie jetzt durch die Entschlüsselung des Gebisses. Wir helfen uns die Zähne natürlich darüber hinaus auch noch das Alter dieses Fossils festzustellen, weil zum Beispiel einige Zähne schon durchgebrochen sind. Das heißt, sie sind schon in Funktionsstellung. Das Tier konnte also mit diesen Zähnen bereits kauen. Diese Informationen finden wir nur dann, wenn wir mikrotomografische und mikroradiografische Untersuchungen anstellen. Solche Einblicke in ein Jahr millionenaltes Fossil gab es noch nie. Zusammen mit den Röntgenbildern belegt das 3D-Modell, das das Weibchen noch über Milchzähne verfügte. Die bereits angelegten Backenzähne sind gut zu erkennen. Wir machten Röntgenaufnahmen und sahen so Schatten von etwas, was wir nicht erkennen konnten. Im vergangenen Jahr nutzten wir dann die Computertomographie und so bekamen wir Aufnahmen, die das Fossil in vielen, vielen Schichten zeigten. So erhielten wir ein dreidimensionales Bild. Jetzt gibt es keine Geheimnisse mehr. Nach dieser komplizierten und langwierigen Arbeit ist es nun zum ersten Mal möglich, das Lebensalter des Primatenweibchens zu bestimmen. Diese Primatin aus Messel starb recht jung. Sie war kein Kind mehr und mit Sicherheit noch nicht erwachsen. Am ehesten wohl jugendlich. Verglichen mit einem Menschen entspricht das einem Alter zwischen 6 und 12 Jahren. Sie starb in einer Entwicklungsphase, die bei Menschen ungefähr dem sechsten Lebensjahr entspricht. Ich selbst habe eine 5-jährige Tochter, die gerade anfängt, die Milchzähne zu verlieren. Deshalb haben wir, nachdem wir es untereinander besprochen hatten, entschieden, sie Ida zu nennen. Denn das ist der Name meiner Tochter. Es ist nicht ungewöhnlich, einem besonderen Fund oder einer Entdeckung einen menschlichen Namen zu geben. So mancher Forscher hat sich oder jemanden aus dem Kreis seiner Lieben auf diese Weise unsterblich gemacht. Die Altersbestimmung gibt aber noch keinen Aufschluss darüber, zu welcher Entwicklungslinie Ida genau gehört. Nur wenn das Fossil sich in erheblichem Maße von seinen Lemuren-Artgenossen unterscheidet, könnte es sein, dass es am Anfang einer Entwicklung steht, die später, viel später, zu Affen und schließlich Menschen führt. Weitere Untersuchungen müssen das prüfen. Jens Franzen und seine Kollegen sind noch unsicher, wo sie Ida letztlich einordnen sollen. Sie fragen sich, ob dieses Primatenweibchen vielleicht sogar einen Platz in der Entstehungslinie zum Menschen hin einnimmt. Noch einmal gehen sie alle Fakten durch. Dann entscheiden sie sich für einen aufwendigen Schritt. Um noch weiter in die Tiefen des Fossils eindringen zu können, wollen sie das plattgedrückte Skelett künstlich auferstehen lassen. Die Arbeit zieht sich über Monate hin. Mithilfe von Laserscannern und Computertomographie tasten sie Ida digital ab und bauen sie neu auf. So entsteht nach und nach ein dreidimensionales Modell von ihr. Die Ansicht des Skelettes ermöglicht es zum ersten Mal, Ida und Lemuren Knochen für Knochen zu vergleichen und herauszufinden, was die beiden unterscheidet. Zurück zu Holly Smith im Lemurenzentrum. Der jährlich stattfindende Gesundheitscheck der Tiere ist eine gute Gelegenheit, sich ihre körperlichen Besonderheiten daraufhin anzuschauen. Der Körperbau eines Lemuren ist vor etwa 50 Millionen Jahren entstanden. Er hat sich seither kaum verändert. Die Knochenstruktur ist so ziemlich dieselbe wie bei allen Primaten, inklusive uns Menschen. Fünf Finger, fünf Zehen, alles da. Einen wesentlichen Unterschied zum Menschen gibt es jedoch. Fast alle ihre Zehen und Finger haben zwar Nägel, so wie wir, aber ihr Zeigefinger hat eine lange Putzkralle, um den Pelz zu säubern. Und sich